Rettungsmission Tag 9 Und damit willkommen zu einem neuen Part von Pikmin 4 Heute geht es direkt im Park wieder weiter, da wo wir ja auch stehen geblieben sind Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, wir gehen sofort los Weil wir haben auch ein bisschen was zu tun Denn es gibt eine Höhle, die wir noch nicht erkundet haben Die ich, ja, heute erkunden möchte Also von daher, da geht es nämlich direkt hin Und ja, ich freue mich drauf So, da sind wir, ein neuer Tag, ein frischer Tag Und ja, wir holen gleich mal Pikmin raus Ich würde mal sagen, gut, ich hole erstmal nur 30 rote Pikmin raus Weil in der Höhle müssen wir so oder so erstmal gucken, was wir da dann mitnehmen So, könnt ihr ihre Fährte aufnehmen, welche Fährte? Ich weiß es nicht Ich gucke jetzt erstmal auf die Karte Wo war die Höhle? Die ist hier Also in diese Richtung ruhig Wie kommen wir da am besten hin? Kommen wir hier hoch? Ja genau, das war so ein Ding, wo wir da hochkommen Genau, genau, genau Ja und in der Höhle werden wir eh sehen, was wird an Pikmin-Arten empfohlen Und dementsprechend entscheide ich, was ich für Pikmin dann mitnehme Gut, da sind wir schon Und mal gucken, ob das eine große Höhle sein wird, wo wir den ganzen Partner verbringen werden Oder eine relativ kleine Höhle, kann sein, keine Ahnung Unter den Gängen sehe ich nichts als unendliche Dunkelheit Wirft man Steinchen hinein, hört man den Aufschlag nicht Vorsicht ist geboten, damit ich nicht versehentlich Pikmin in den Abgrund werfe Oder sie gar von einer Kreatur hineingeschleudert werden Ui Ebene 1 und wenn das ja genau passt Und Empfehlung Rote und gelbe Pikmin werden empfohlen Ich würde mal sagen Dadurch, dass die roten Pikmin ein bisschen stärker sind Mache ich das mal vielleicht so Also die haben halt größere Angriffskraft Dann nehmen wir nur diese beiden mit Und dann Let's go Let's go Oh, Ebene 1 Wie viele Ebenen es geben wird? Keine Ahnung So, da sind wir schon Ich sehe schon ein paar Vögel, alles klar Ja, gucken wir uns erstmal ganz in Ruhe um Wir werden bestimmt hier und da auch einige Schätze haben Da sehe ich nämlich schon was So, hier zum Beispiel erstmal dich hier besiegen Wunderbar, das war ein kurzer Prozess So muss es sein Wir bringen dich gleich weg Ich muss noch den anderen Vogel mal kurz eliminieren Und die sehen so süß eigentlich aus Die sehen eigentlich so süß aus Okay, gut Dann 1, 2, 3 Und 1, 2, 3 Bring das schon mal hier weg Und dann sehe ich da schon den ersten Schatz Ein Puzzleteil Wie viel brauche ich? Zwei brauche ich, alles klar Das ist in Ordnung Da geht es direkt schon weiter Hier ist ein Ring Ah, das ist auch wieder ein Schatz Aber erstmal werden wir dich hier mal besiegen wieder Zack und Wunderbar Können dann wieder ein paar rote Pikmin mitnehmen Und wir können schon mal den Schatz wegbringen 1, 2, 3 Sehr schön Hier ist eine Mauer zum Einreißen Darum kümmern sich mal die gelben Pikmin Und ich gehe mal mit den roten Pikmin einfach mal weiter Was hier noch so ist Und mit Otschen natürlich Otschen darf ich natürlich nicht vergessen Aha, da gibt es auch noch etwas 1 und 2 Dann ist die erste Ebene tatsächlich schon fertig erkundet Also mehr war hier gerade auch nicht Aber es ist wahrscheinlich auch erstmal die Einführung gewesen Rohmaterial haben wir auch Okay So genau, das könnt ihr auch direkt mal wegbringen Sehr schön Und tatsächlich haben wir jetzt hier alles gesehen Wir haben alles gesehen Gut, dann bringt das jetzt hier auch noch weg Was ist denn das eigentlich Das ist so eine Art Glocke für Hunde Für Kühe Oder sonst was So eine kleine Glocke Ist ja eigentlich auch nicht verkehrt So Glycerium haben wir 3500 erreicht Wir können bald ein neues Gebiet erkunden Vielleicht schon ab dem nächsten Part Mal gucken wie viel Glycerium wir hier noch sammeln werden So Dann geht es weiter Jetzt werden wir auch herausfinden Wie viel Prozent wir schon fertig haben Wie viele Ebenen es also wahrscheinlich gibt Ebene 2 25 Prozent Also wahrscheinlich wieder 4 Ebenen Alles klar Ah, es wird aber auch nicht einfacher bestimmt Die erste Ebene war wirklich sehr sehr entspannt So, was haben wir jetzt hier Das ist auf jeden Fall hier schon mal größer alles Wir gehen als erstes hier lang Da haben wir einen Feuergegner Das heißt Die Roten picken drauf Und Die machen das hier schon easy Sehr schön Dann, ja Kommt das hier mal weg 1, 2, 3, 4, 5 Da haben wir noch einen Feuergegner Ne, das ist kein Feuergegner Das ist einfach so eine Feuerfontäne Wie wir es schon mal bei den Wasserfontänen hatten Dann hier Ist das so ein Nussknacker? Oder was ist das? Kann sein, dass es irgendwie Nussknacker mäßig ist So, zack Ich finde es auch interessant Wenn ich auf einen Schatz Auf einen Schatz ziele Und dann A-Spamme Es hört automatisch bei den benötigten Pigmentern auf Also wenn 10 Pigment dann ausgesperrt sind Und ich nochmal A drücke Kommt kein elftes Pigment Das System hier ist sehr sehr schlau Kann man schon fast sagen So, wie zum Beispiel jetzt Wenn ich hier, zack Und ich drücke gerade A Und erst dann Werden noch weitere Pigment losgeschickt So, noch ein bisschen Gold Nehmen wir natürlich gerne mit Hier haben wir noch eine Wand zum einreißen Was ist denn das? Ich wollte gerade sagen Eine Zwiebel Aber ne, eine Zwiebel ist das nicht So, hier haben wir nochmal sowas Wir warten mal kurz bis das Feuer ausgeht Ich weiß nicht ob Obwohl das macht glaube ich beim Feuerpicken keinen Unterschied Und so Die Kram hier, die machen das hier Ja, die hauen einfach drauf Obwohl es brennt Sehr schön Gut Ja gut, da gibt es noch einen weiteren Gegner Aber ganz ehrlich Mit vier Pigment Reißen wir lieber die andere Ebene da ein So Da helft ihr Am besten auch mal mit Da oben ist noch eine Billardkugel Da geht es weiter Alles klar Dann haben wir ja fast hier auch schon alles gesehen Ja, die reißen das ab Dann ist hier auch eine kleine Abkürzung Was ja auch nicht verkehrt ist Der Gegner bleibt da hinten Das ist auch sehr so gut So, das hier ist fast fertig Und dann holen wir uns mal die ganzen Pigment mal da her Ich weiß gar nicht wo die Wasser Äh, nicht Wasser Sondern Windfontänen hinführen So, bringt das mal alles hier schön weg Wunderbar Und wir gehen da auch mal mit lang Dann würde ich sagen Probieren wir mal diese Windfontänen aus Eventuell ist das nur eine kleine Abkürzung Zur anderen Seite Kann ich mir das zumindest gut vorstellen Und hier diese Knospe da hinten Die würde ich mir natürlich auch noch angucken Da hinten gibt es auch noch einen Schatz Wie komme ich denn da am besten hoch Oder hat es mit diesem Ding Ja, hier irgendwie was zu tun Achso, okay Das ist nur eine Abkürzung tatsächlich Vielleicht müssen wir mal irgendeine Windfontäne finden Ja, da hinten die Da hinten die Muss ich von der anderen Seite So gesehen rankommen So, und dann hier nämlich rein Boah Und dann kann ich hier zumindest schon mal die Eier öffnen. Ein bisschen Nektar. Wir haben ja einige Bloodpigmen dabei. Die freuen sich jetzt. Ja, sehr schön, sehr, sehr schön. Ich glaube, für alle hat es jetzt nicht gereicht. Ne, hat es nicht gereicht, aber ist ja nicht so schlimm. Dann haben wir hier ein Stück von einer Modelleisenbahn oder generell Spielzeugbahn. Irgendwie so. Eins, zwei, drei. Ja, komm. So, zack, brauche ich ja nicht zählen. Ja, geht mal. Ja, das wird jetzt ein bisschen durcheinander hier. Wir lassen die mal gehen. Genau. Ich will ja keine Pigmen nämlich da lassen. So, und wir gehen jetzt hier hin und gucken mal, was das für eine Knospe ist. Ich weiß es nicht. Au, warte, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Wer hätte gedacht, dass eine dermaßen riesige Blume im Untergrund blühen würde? Ah, das ist also eine sogenannte Königinblume. Eine Königinblume. Wirst du Pigmen hinein, nehmen sie die gleiche Farbe wie die der Blütenblätter an. Unglaublich. Sie könnte die Farbe wechseln. Pigmen sind die merkwürdigsten Geschöpfte, die mir jemals zu Beginn sind. Genau, wenn ich da zum Beispiel jetzt rote Pigmen reinschmeiße und ein paar. Zack, bam. Und es kommen jetzt, ja, Eispigmen raus. Es kommen jetzt einfach Eispigmen raus. Die Pflanze ist aber weg. Okay. Jetzt haben wir Eispigmen mit dabei. Ich weiß nicht, ob ich die früher oder später nochmal brauche, aber wir haben Eispigmen jetzt dabei. Ich hatte jetzt so fünf Pigmen nur reingeworfen. Hätte ich da auch mehr jetzt reinwerfen können? Ich habe gar keine Ahnung. So, greift man diesen Gegner hier bitte an. Es sind gerade zehn Pigmen gestorben, weil er die runtergeschmissen hat. Das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht sein Ernst. Jetzt habe ich kaum noch rote Pigmen dabei. Das war jetzt so doof. Das war jetzt so sehr, sehr doof. Ja, es wurde, wir wurden gewarnt. Wir müssen aufpassen, nicht, dass die Gegner einen runterschmeißen, aber das es so einfach geht. Das war jetzt so doof. Das war jetzt so sehr, sehr doof. Ach, Mensch. Ja, gut. Tut mir leid, Pigmen. Tut mir leid. Aber so ist es halt. Ich kann es jetzt im Video nicht ändern. So, zack. Das haben wir alles eingesammelt. Wir haben fast die 4000 voll. Ja, und dann gehen wir mal weiter. Wir gehen jetzt mal zur nächsten Ebene. Nur noch, also 15 rote Pigmen habe ich nur noch. Wie viel hatte ich vorher? Ich hatte 30, mit 30 bin ich ja reingegangen, richtig. Fünf habe ich zu Eispigmen verwandelt. Und zehn sind, äh, ja, gestorben jetzt. Krass. Das ging schneller als gedacht. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass es so schnell geht. Ja, aber okay. Das heißt jetzt, äh, umso mehr aufpassen. Umso mehr jetzt wirklich aufpassen. Repro, also neue Pigmen produzieren kann ich ja hier im Untergrund nicht. Daher, ja, sehr dolle aufpassen jetzt, äh. Hier sind einfach so fünf Scherben. Die nehmen wir mal alle mal kurz mal mit. Genau, wenn wir schon mal hier sind. Nehmen wir die einfach mal. Genau, einfach mal her hier. Da, da ist irgendwie was drinne. Grab mal. Ruhig die Game Pigmen mit dazu. Ja, da war was drinne. Ich weiß nicht, wo das jetzt hier landet ist. Da bauen wir 29 Rohmaterial. Macht mal bitte. Da oben gibt es weitere Eispigmen, die ich aktuell nicht pflücken kann. Aber okay. Ist nicht so schlimm. Und hier geht es dann gleich weiter. Ich warte kurz, bis die Pigmen hier fertig sind. Ach so, das ist, das ist der Weg, äh, in die nächste Ebene. Ja, okay, okay, okay. Aber wie gesagt, ich warte kurz, bis, äh, die Pigmen fertig sind, dass ich die dann direkt mitnehme, wenn ich hier schon mit der Wind hier wegreise, sag ich mal. So, wunderbar, alle sind beisammen. Und dann geht es jetzt hier rein. Da hinten haben wir einen Gegner. Und ich kann mich den, äh, ich kann mich an den aus Pigmen 3 erinnern. Das ist ein richtig ekliger Gegner. Da sind Weichteile. Die müssen angegriffen werden. So, macht mal. Ja, genau, wunderbar. Und jetzt drauf da, drauf da, drauf da. Otsch und du auch. Sehr schön. Hat wunderbar geklappt. Ein bisschen Nektar, okay. Hier könnte ich die Biegel herholen, tatsächlich. Machen wir auch mal. Warum nicht? Zack. Und weiter geht es. Da ist ein Feuerdings. Machen wir mal weg. Zack. Sonst sehe ich jetzt gerade, da ist noch ein Feuergegner. Oh, bitte, bitte. Schmeiß keine runter. Ich kann das relativ wenig beeinflussen. Ja, sehr schön, sehr, sehr schön. Dann könnt ihr das direkt auch mal wegbringen. Hier, zack, das auch mal wegbringen. Und hier sind auch noch ein paar, äh, ein bisschen Rohmaterial, was ich auch wegbringen kann. Da hinten ist ein nächster Gegner. Und da kämpfen gerade Eispigmen. Das heißt, ich werde mal kurz meine Pikmen wieder herholen, dass ich den Pikmen da habe. So, kommt mal wieder her. Ich baue ein paar Pikmen zum Kämpfen. Ich mache dieselbe Taktik wie eben. Dass ich erstmal die Eispigmen raushaue. Zack, 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 zack. Genau. Jetzt bist du vereist und zack, los geht's. Wunderbar, wunderbar. Sehr schön. Wir haben neue Pikmen, neue Eispigmen. Na, und mal hin. So, macht euch zu Blüten. Genau, richtig, richtig, richtig. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Alles klar. Da oben ist was, wahrscheinlich vor der Spielzeugeisenbahn. Dann müssen wir erstmal auf Otschen mal rauf. Also Y kurz drücken. Und mit X kann ich springen. Und dann kann ich hier mal 20 Pikmen ran schmeißen. Ruhig vor den Elektro-Pikmen. Dass wir dort hochkommen. Sehr schön, sehr, sehr schön. Und dann hier nochmal hoch. Und dann, ja, komm. Ruhig, 10 Pikmen. Wunderbar. Ah, ne, 7 Pikmen. Ich habe eben irgendwie 10 gelesen. Aber sie passt auch. Okay, da hinten geht es noch weiter. Da haben wir noch einen Schatz. Ja, diese Ebene ist deutlich größer als die zwei Ebenen vorher. Aber ist okay, ist okay. Umso mehr gibt es zu entdecken. Da, 5 Pikmen rauf. 1, 2, 3, 4, 5. Seid ihr? Genau, ihr geht da direkt lang. Sehr schön. Und wir haben jetzt die 4000 erreicht. Sehr, sehr gut. 4000 Glycerium gesammelt. Fantastisch. Das Ziel ist erreicht. Mit so viel sammeltender Energie können wir die Reichweite des Radars weiter erhöhen. Ob wir direkt im nächsten Part schon ins neue Gebiet gehen oder noch nicht, kann ich aktuell noch nicht sagen. Gut möglich, dass ich im nächsten Part erstmal nochmal ein Part in diesem Gebiet verbringen werde. Mal gucken. Mal gucken. Kommt auch so ein bisschen darauf an, was wir heute hier noch schaffen in diesem Part. Das weiß ich nämlich noch nicht. So, was ist das hier? 10 Pikmin? Okay. Ah, dann wird das runtergedrückt und dann können wir da langlaufen. Ah, Tasche wurde geplättet. Interessant. Gut, dann können wir nämlich hier noch gleich das Rohmaterial holen. Hier gibt es wahrscheinlich nochmal Nektar. Ah, nee, nochmal Rohmaterial. Und Nektar. Gut, wir haben eh alles Blütenpigmin gerade. Äh, ja. Dann zack und noch ein gelbes Pikmin. Otchen, was machst denn du da? Ich hab keine Ahnung, was er da macht. Haben wir jetzt hier alles gesehen? Ich hoffe, ja. Ja, ich bin mir allerdings gerade nicht hundertprozentig sicher. Daher gucke ich mich nochmal ganz genau um. Da hinten, die Eispigmin. Die wollte ich noch holen. Gut, wir müssen ja eh da nochmal rüber. Äh, das heißt, ich hole auch generell meine Pikmin wieder hierher. So, zack. Dann haben wir die auf jeden Fall jetzt mit. Dann können wir nämlich hier lang gehen. Und wir müssen ja eh wieder zurück. Können wir diesen Weg lang gehen, die Eispigmin mitnehmen. Und dann haben wir diese Ebene auf jeden Fall vollständig erkundet. Und das ist die Hauptsache. So, hier runter. Und hier war ja auch nichts mehr. Genau. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Die letzte Ebene. Letzte Ebene von vier. Könnte natürlich sein, weil es hier wieder vier Ebenen gab, dass jetzt wieder ein Bosskampf kommt. Ich weiß es nicht. Äh, könnte sein. Ist hier irgendwo jemand gestrandet? Das kann natürlich auch möglich sein. Das sieht fast nach einem Bosskampf aus, aber wie bekämpfe ich den? Hallo? Er hat mich noch nicht bemerkt. Wir gehen mal hier mal kurz lang. Da oben sind nämlich noch ein paar Eispigmin, die ich mal mitnehme. 0-1. Vielleicht ich einen Gegner besiegen. Der hat mich noch nicht bemerkt. Kann das sein? So, drauf da, drauf da, drauf da, drauf da. Das war sehr effektiv. Das war sehr, 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 sehr effektiv. Sehr, sehr schön. Was, du, du liegst da noch? Na gut, okay, okay. Dann jetzt dasselbe noch... Ne, 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 nicht pusten, nicht pusten. Oh, das ist so... Oh, das ist ja fies. Weil es hier ja überall... Oh, das ist richtig fies. Das ist richtig fies. Bleibt hier in der Ecke. Bleibt hier in der Ecke. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand... Doch, es ist... Mindestens einer ist runter. Wir haben 54 Pigmen nur noch. Ja, ein Eispigmen ist weg. Ja, okay. Wir machen trotzdem dieselbe Taktik nochmal. Zack, 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 zack. Gefriert ihn ein. Und drauf da. Okay, haben wir trotzdem ihn bekommen. Nur ein Verlust. Also, das geht ja noch. Tatsächlich, hier ist jemand gestrandet. So, nimmt mal von diesem Nektar hier alles. So, wurde alles aufgesaugt. Da haben wir auch nochmal ein paar Eier, die wir mal aufdiensten können. Auch nochmal was Schönes. Genau, wunderbar. Immer her damit, immer her damit. So, du kannst ruhig weitergehen. Du, dich hier bringen wir zur Biegel zurück. Mal gucken, wer du bist. Und dich hier können wir auch zur Biegel bringen. Zack. Dann ist diese Ebene auch schon vollständig erkundet. Ging jetzt relativ schnell. Aber da hätten jetzt auch richtig dolle Pigmen sterben können. Also, dass er so pustet, das ist halt sehr, sehr fies gewesen. Da kann ich glücklich sein, dass nur ein Pigmen gestorben ist. Ich glaube, es war nur eins. Werfen wir mal einen Blick auf die Visitenkarte. Bulldo vom Heimatplaneten Oji. Seit Jahren arbeitet dieser Wissenschaftler auf seinen Traum hin, die Kommunikation mit Pflanzen zu ermöglichen. Okay. Forschungsteam-Mitglied. Ich wusste ja gar nicht, dass hier auch Forscher gestrandet sind. Ja, ganz viele verschiedene Leute sind hier. Und so, das Ding wird hier noch weggebracht. Da können ja noch weitere Pigmen mal mithelfen, dass es schneller geht. Genau, genau, genau. Und dann können wir diese Höhle verlassen. Ein paar Minuten können wir dann noch an der Oberfläche verbringen. Aber so lange dann auch nicht mehr. Weil, ja, wir haben hier, ja, doch schon ganz schön viel Zeit jetzt in der Höhle verbracht. Was ja nicht verkehrt ist. Ich denke mal, den nächsten Part wärmen wir. Ja, gucken wir mal, wie viel wir noch schaffen. Ich habe ein Ziel, was ich noch gerne schaffen würde. Insgesamt. Also, mal gucken, ob wir das jetzt noch in diesem Part schaffen. Oder nicht. So, einer gerettet. Motivation wurde erhöht. Sehr, sehr schön. Im Glycerium haben wir auch ein bisschen was gesammelt. Bisschen viel immer wieder. Äh, ja, wie das alles heißt, gucken wir uns später uns an. Komplett erforscht die Höhle. Sehr, sehr schön. Das ist sehr, sehr gut. Ja, die Höhlen, die bringen halt sehr, sehr viel. Auch die meisten Prozente halt beim Erkunden eines Gebietes. Daher sind Höhlen schon sehr, sehr wichtig. So, da sind wir. Gehen wir gleich mal raus. Ähm, die Wasserpigment, die lasse ich mal hier drinnen. Und rote Pikment würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Äh, und zwar ein paar mehr, dass ich hier von denen jeweils 15 habe. Und von den, äh, roten Pikment dann halt 20. Genau, machen wir es so. Und dann ist mein Ziel jetzt. Ich würde gerne hier dieses Gebiet noch vollständig erkunden. Das wäre ganz cool, wenn ich das hier noch schaffen würde. Äh, das heißt, wir gehen jetzt zuerst mal wieder zurück in diese Richtung. Und wenn das hier erkundet ist, dann kann ich gerne ins neue Gebiet aufbrechen. Ist halt die Frage, schaffen wir das in diesem Part hier zu erkunden? Oder schaffen wir das nicht? So, in diese Richtung müssen wir. Gut zu wissen. Das weiß ich nämlich nicht, ob wir das schaffen werden. Daher einfach mal gucken. Einfach mal gucken. So, da unten. Ne, warte. Ich bin jetzt so verwirrt. Äh, ich muss jetzt, äh, ich muss mir, ja, ich muss mir, wir sehen uns bei der Biegel. Sagen wir es mal so. Gut, dann sind wir jetzt hier. Knospen sind auch wieder gewachsen, weil wir ja am Anfang direkt in die Höhle reingegangen sind. Und dann müssen wir jetzt da durch, äh, über die Brücke, die haben wir ja am letzten Part hier ja neu gebaut. Und dann uns rechts halten. Dann kommen wir zu dem Gebiet da hinten. Aha, okay, da ist eine Steinmauer. Aber die können wir noch gar nicht einreißen. Auch gut zu wissen. So, greifen wir hier die Vögel an. Wunderbar. Dann den Vogel bitte auch noch. Hallo? Nein, nicht hier, der Nektar. Oh, die sind jetzt alle auf den Nektar gegangen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Äh, ja genau, hier ist eine Steinmauer. Wo jemand hinter ist. Ein Blattkopf ist dahinter. Eine Bombe könnte da etwas ausrichten. Und eine weitere Höhle. Höhlen übrigens werde ich in Zukunft auch nur noch am Anfang eines Parts anfangen. Dadurch, dass wir ja jetzt merken, dass Höhlen doch jetzt so ganz schön groß sind. Oh, Gegner, Gegner, Gegner. Hier ist auch ein etwas größerer Gegner. Was bist denn du? Bist du die Mama? Diesen kleinen Gegner. So, bringt ihr das in die richtige Richtung? Sieht gut aus. Äh, geht mal weiter. Ich werde mal das hier aufmachen. Wo ist denn der Nektar? Achso, das ist wieder wegen Spray. Okay, okay. So. Dieses Monster eben, das war ein bisschen beängstierend. Da ist es. Mach mal Eis-Pickman. Nein, 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 nein. Okay, das ist ein bisschen zu heftig. Wir sind jetzt zu Pickman gestorben. Ist ein bisschen zu... Aber du bist fast eingefroren, aber jetzt bist du wieder weg. Das ist jetzt nicht gut. Aber der eingefrorene Status bleibt. Nee, der bleibt nicht. Der bleibt nicht. Jetzt ist er. Komm, macht, macht. Eis-Pickman. Nein, 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 ist nicht gut. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Wir lassen's, wir lassen's. Hier haben wir eine ganze Menge Rohmaterial. Hier haben wir was zum Kram. Wir bleiben jetzt einfach hier in der Ecke. Okay, okay. Dann gibt's, so wie ich hier sehe, auch eine kleine Abkürzung dann. Wir haben insgesamt jetzt drei Pickman, glaube ich, verloren. Wir haben jetzt 47 insgesamt. So, dann bringt man das hier weg. Durch die Abkürzung braucht ihr nicht an diesem komischen Monster vorbeigehen. Und das Rohmaterial kann auch noch weggebracht werden. So, hier, zack. Otschen ist da unten, das ist in Ordnung. Ach, Otschen ist jetzt... Ah, der ist außenrum wieder gegangen. Na toll. Das hätte jetzt auch gefährlich sein können. Ja, sonst gibt's ja hier nicht mehr unbedingt. Hier noch ein Rohmaterial. Aber mehr gibt's hier nicht, außer hier dieses große Monster. Und da hinten können wir das nicht öffnen. Das funktioniert nicht. Also von daher haben wir hier alles jetzt gesehen. Na okay. Das heißt dann doch, dass wir im nächsten Part ins nächste Gebiet aufbrechen können. Stimmt, das hier hätte ich noch... Ähm, das würde ich gerne... Die Toppflanze würde ich noch gerne rausziehen. Das machen wir auch noch kurz. Damit wir für die Zukunft das wenigstens erledigt haben, falls wir da eine Abkürzung nehmen wollen. Und das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte, wäre hier die Knospen nochmal bedingsten. Dass ich nochmal neue Pigment züchte. Aber nötig ist es, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt. So, da haben wir gleich die Abkürzung. Wie gesagt, da ist jetzt noch so ein Graskopf. So ein Laubling, wie man die nennt hier. Äh, und eine Höhle. Aber das ist erst für später, weil ich habe keine Bomben. Keine Ahnung, woher ich jetzt hier Bomben nehmen soll. Von daher... Ja, haben wir sonst hier alles gesehen. Alles gemacht. Zumindest hier in diesem Bereich. Alles erkundet. Natürlich, das Gebiet ist hier noch groß. Wir haben hier noch sehr, sehr viel zu sehen. Allerdings dadurch, dass wir jetzt ein neues Gebiet erkunden können. Warum sollten wir jetzt sagen, wir erkunden kein neues Gebiet? Oh, das ist jetzt so doof. Ich wollte, dass das wenigstens gelb ist. Oder bleibt das jetzt so rot? Das bleibt jetzt so rot. Na gut. Ist ja nicht so schlimm. Ist jetzt nicht so schlimm. So, zack und zack. Dann haben wir jetzt alles gesehen. Und ich freue mich auf das neue Gebiet. Mal gucken, was wir dann so dann haben. Das wird bestimmt sehr, sehr cool. Ich bin dafür auf jeden Fall sehr motiviert. Und ich hoffe ihr auch. Und... Ja, komm. Dann... Wie viele Pigments sind gerade hier im Boden? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück insgesamt. Das heißt, es sind bei diesen komischen Gegnern eben 6 Pigments gestorben. Ja, ist halt so. Ist halt so. So. Es fehlen aber 2 Pigments. Wo sind... Da ist ein Pigment. Aber es muss noch irgendwo ein Pigment sein. Ich weiß aber nicht, wo. 49... Ah, jetzt haben wir 50 von 50. Keine Ahnung, wo das eine Pigment war. Aber gut. Äh, ja. Wir werden jetzt den Tag beenden. Und hier werden wir irgendwann wieder zurückkehren. Und dann alles... Ja, das restliche Zeug dann noch erkunden. Eines Tages... In der Zukunft. Gut. Hey. Und ich sag mal so. Der Tag war trotzdem sehr erfolgreich. Wir haben die Höhle erkundet. Wo es halt sehr, sehr viel gab. Ich bin mal gespannt, wie viel Prozent wir jetzt erledigt haben. Also von daher. Gut. Dann zur Auswertung. Von Tag 9 war das, glaube ich. Wir sind im 10. Part. Und hier haben wir jetzt den Tag 9. Ach ja, stimmt. Wir können natürlich jetzt hier schon weiter... Stimmt, das ist ja jetzt auch noch etwas, was wir hier besprechen müssen, natürlich. Schon fast vergessen. Dadurch, dass wir ja die 4000 Glycerium gesammelt haben. Suchradius weiter vergrößert. Genau. Was ist die neue Grenze? Sehen wir es schon? Ne. Ähm. Werden wir noch sehen. Energie zuvor abgeschlossen. Schalten wir jetzt das Radar ein. Es funktioniert. Ja. Und wieder haben wir in einem bisher unerforschten Gebiet weitere SOS-Signale entdeckt. Gut, dass wir unseren Suchradius vergrößern konnten. Verspenden wir keine weitere Zeit. Wir müssen die restlichen Mitglieder der Rettungscrew und Captain Olima finden. Yep. So, Tag 9. Einen haben wir gerettet. Eine Motivation haben wir bekommen. Und wir haben eine ganze Menge Glycerium gesammelt, natürlich. Da gehen wir mal jetzt alles durch. Über 1000 Glycerium waren es insgesamt. Also, was haben wir bekommen? Einerseits das Puzzleteil, Erinnerungsfragment oben, Fragezeichen. Dann ein Reifen, Ring des Glücks, auch ein sehr schöner Name. Dann Ehepartner, alle... Was? Das ist ja schön. Das ist ja schön. Gibt man das dann in den Ehepartner und man hört halt, wenn der Ehepartner kommt, da ja Ehepartneralarm. Das ist ja nice. Langlebigkeitsförderer. Ja, okay. Ah ne, das ist so ein Sportgerät. Ist das so ein Sportgerät? Doch nicht so ein Nussknackern, sondern ein Sportgerät. Kann vielleicht möglich sein. Dann Umkehrschiene. Okay, warum Umkehr? Keine Ahnung. Dann die Bärkugel der Überzeugung. Die scheint sehr überzeugt zu sein. Dann vom Spielzeugzug. Unterschätztes Arbeitstier. Oh ja. Dann die innere Uhr haben wir irgendwo gesammelt. Damit weiß ich jetzt nicht, wo das war. Also... Was ist denn... Ist das? Was ist denn das? Ist das richtig eine Uhr? Keine Ahnung. Dann nochmal eine Billardkugel. Kugel der Familie. Mhm. Dann ein Tennisball oder so. Flowsch-Sphäre. Und dann die Goldklumpen und Kreaturen. Ist ja schön. Und wir haben jetzt 43% des erblühenden Parks erkundet. Dann sind 10 rote Pikmin gestorben. Und 2 gelbe. Und 5 Eis-Pikmin. Genau. Die 10 roten Pikmin waren in der Höhle. Und die gelben und Eis-Pikmin, die waren außerhalb. Da bei diesem komischen Vogel im Boden. Oder was auch immer das war. Jut. Interessant. Man drückt also X, um die Pikmin auszusenden. Dieses Ausländerhorn ist ja ein ziemlich praktisches Hilfsmitglied. Oh ja. Ich bin vor, als ich das gekauft habe oder gebaut habe. Oh ja. Die Macht der Wissenschaft ist nichts zu unterschätzen. Sie macht so vieles möglich. Zum Beispiel, wenn man hier die Frequenz ändert. So. Kann man alle in der Nähe aussehen. Nicht nur die Pikmin. Ich werde es einmal demonstrieren. Was passiert hier? Mein Körper, Baby. Ich war ganz allein. Aufhören. Sofort aufhören damit. Was glaubst du eigentlich, was du da machst? Nur eine kleine Voraufführung. Wie man dieses Hilfsmitglied mit dem Notfall auch nutzen könnte. Ach, das ist cool. Ich werde alles in meiner Nacht stehende tun, damit so ein solcher Notfall niemals eintritt. Ah, sehr schön. Gut, im nächsten Part geht es weiter. Bis dahin. Euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Tch. 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 Ch bois.